Pascal, jetzt kennen wir uns 15 Jahre, mein lieber Freund, und es wird Zeit, dass ich dir mal richtig den Arsch aufreiße. Ich komme mit meinem Bokbord oder mit meinem Trabant vorbei als alter Ossi und schiebe dich von der Strecke am 14. Oktober. Et tada! Ich komme mit meinem Bokbord. Ich komme mit meinem Bokbord.